Hallo Leute, wir gehen jetzt erstmal schön Wellness machen. Ja, gibt Zeit. Wir wollten eigentlich schon lange weg sein, aber ein bisschen später geworden. Ist eigentlich schlimm. Wir freuen uns schon richtig drauf. Endlich mal entspannen. Sauna. Und ja, schwimmen. Ja, und mal gucken. Ich hab gestern nicht meinen gekriegt. Ich war gestern total kaputt. Und ich weiß nicht, der Bürger und so hat mir dann noch einen Rest gegeben. Ich muss bestimmt vorstellen. Ähm, ja. Was sollen wir mal erzählen? Katze, du lässt den Beutel in Ruhe. Danke. Doch. Katze, red nicht mehr. Bist du hoch? Ne, mit hoch. Ne, du hast dich wiederum gekrabbelt. Ja. Warte, Katze, wer auch mit aufs Bild? Wie gestern. Ja, hier Dicker, ne? Guck. Stupsi. Da musst du gucken. Ja, Knuddel. Auf jeden Fall Leute. Wir wünschen euch einen wundervollen Tag. Ein bisschen gucken, ob wir da überhaupt filmen dürfen. Ich hab keine Ahnung, ob das geht. Hm. Ach der. Beobacht dich selber. Also Leute, bis dann. Euer PitbullTV und meine Frau und meine Katze. Ciao. Ciao.